Dieses zu erwerbende modernisierte Sechs-Zimmer-Ein-Familienhaus liegt im Kreis Dietmaschen. Das Haus verfügt über zwei Garagenparkplätze. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 1089 Quadratmetern weist das Objekt eine Wohnfläche von ca. 160 Quadratmetern auf. Der Kaufpreis des Gebäudes beläuft sich auf 185.000 Euro. Kontaktieren Sie uns für nähere Informationen. Bis zum nächsten Mal.